Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 12. Ich mache direkt weiter. Und es geht hier lang. Okay. Also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ähm, also ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich habe es nur ein bisschen bei meinem Bruder gesehen. Ja, und das ist sowas von auffällig. Also... Also ich kenne den Part hier jetzt gerade gar nicht, weil ich habe das bei meinem Bruder wirklich nicht gesehen. Ganz hundertprozentig. Oh, ey. Es sieht einfach nur knallhart aus. Ah. Die Schrift wird auch immer kleiner, ey. Das ist echt so. Also versucht zu stoppen. Ich versuche so gut wie möglich hinzukommen. Also sowas gerade gut eigentlich. So, müsste ich es lernen können. Okay. Da habe ich eine Werkbank. So, ich habe zwei Knoten. Ähm. Was könnte ich verbessere? Ich würde meinen Rick verbessern. Ja, okay. Eins, zwei. Ja, okay. Dann mache ich das einfach. So, habe ich zwar noch nichts verbessert, aber nächstes Mal kann ich dann, ähm, Trefferpunkte und so verbessern. Das werden wir dann auch sehen, was das ist. Okay. Weiter geht's. Es wird immer, immer gruseliger. Ich, äh, äh, ich, das, es geht eigentlich gar nicht, aber die schafft es immer, immer gruseliger. Es ist echt unglaublich. Oh ja, die schafft es immer gruseliger. Wie erschreckt man, wenn die schafft es immer besser. Störung, Chinese benötigt. Ah. Ich will gar nicht wissen, was auf der anderen Seite ist. Hä? Ich sehe irgendwie das Ende gar nicht richtig. Oder ich blick zumindest bis hin. Ich will auch gar nicht wissen, was das gerade war. Ja, das war so klar. Oh. Das war's, hoffentlich. Hoffentlich. Gut. Alles eink- Ah, hier ist eine Kistik. Oh. Toll. Wo geht's hin? Was? Was? Ich muss zurück. Ich muss... Hey, das geht aber nicht. Ich kann nicht zurück. Da, das ist jetzt echt so, da ist kein Weg, wo ich jetzt einen schreit hin soll. Keine Beschreibung, wo ich hin soll. Ja, und dann gehe ich einfach meinen Weg. Und ich schwöre euch, ich habe absolut kein Luscht drauf. Sehr stückelte Menschen. Totale Ecken. Dunkle Lichter. Was ist jetzt ein Witz? Scheiße, Mann. Ich muss zurück. Entweder ich fehle oder ich muss wirklich zurück. Ja, das kann doch nicht sein. Was geht denn? Ich kann jetzt zurück. Tup. Ja, ich lauf. Einfach, komm. Ähm, hier ging's so. Ich bin... oh Gott. Tup. Wird mir da eh, kommt jetzt was. Wird mir da, kommt jetzt was. No, da kommt nix, okay. Ah. Ein Speicherpunkt. Ähm, okay. Spare ich mal kurz. Ja, okay, dann lassen wir's. Spare ich mal nachher, weil der Part mach ich noch kurz weiter. Spare ich mal nachher, weil der Part mach ich noch kurz weiter. Schee, was, was ist das? Ähm, Ripper. Ja, das baue ich nicht. Ah. Gut, ich lege was ab, äh, wie geht's nochmal. Äh, select. Äh, wenn ich will, das Schema aufhebe. Okay, ähm, was hab ich zu viel Punition. Ja, werfen wir einfach das hier weg. Äh, auswählen, entfernen. Und jetzt kann ich's dann nehmen. Sehr schön. Ähm, ja, ich glaube ich speichle jetzt. Und beende den Part. Wir sind bei 8 Minuten. Ach so, das ist ja schon Kapitel 3, stimmt. Kurskorrekt. Kurskorrektur. Okay, also, wir sind uns in Part, äh, Part, äh, 13. Okay, also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, bis dann, ciao.